Dieses Video wird Barilla nicht gefallen. Wir machen Spaghetti und Pesto in unter 30 Minuten selbst. Für die Nudeln brauchen wir Mehl, Eier, bisschen Olivenöl. Fürs Pesto, Basilikum, Parmesan, Knoblauch, Pinienkerne und auch ein bisschen Olivenöl. Legen wir los mit dem Teig. 200 Gramm Mehl, machen uns eine kleine Kuhle in der Mitte. In die schlagen wir unsere Eier. 100 Gramm Mehl, ein Ei. Die Eier verquirlen und nach und nach das Mehl einarbeiten. Wenn es mit der Gabel nicht mehr weitergeht, mit den Händen zu einer glatten Masse verkneten. Wenn unser Teig so aussieht, nehmen wir uns ein bisschen Klarsichtfolie, wickeln ihn ein. Und lassen ihn einfach 10 Minuten ruhen, sodass das Mehl die Feuchtigkeit aufnimmt. Jetzt stellen wir die gröbste Stufe ein und arbeiten uns langsam vor. Spaghetti-Aufsatz drauf, ab geht die Post. Und fertig sind unsere Spaghetti. Und wir geben sie direkt in gesalzenes Wasser. Jetzt machen wir ein schnelles Pesto. Basilikum, Knoblauchzehe, Olivenöl, ein bisschen Salz und pürieren. Pinienkerne dazu, leicht zerstoßen, Parmesan dazu. Unterheben und fertig ist unser Pesto. Die Spaghetti sind fertig und wir geben unser Pesto dazu. Bisschen Nudelwasser, probieren wir.